Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Der komplette Aktien- und Kryptomarkt ist auf den Kopf gestellt. Die Thematik Corona, ja, die lässt uns nicht in Ruhe und ich denke auch in den kommenden zwei, drei Jahren wird es immer mehr ein Thema sein. Aber konzentrieren wir uns zurück auf die Chart-Technik. Denn in der Chart-Technik reden wir heute über M&W-Patterns. Diese beiden Patterns sind sehr spannende Patterns und da gibt es einige Tipps und Tricks, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Genauso wie ich eben diese auch trade und natürlich wie man die einigermassen sicher traden kann. Zusätzlich haben wir Abweichungen zum Forex-Markt in diesen Pattern. Da möchte ich ebenfalls ein bisschen drauf eingehen, damit ihr auch das Verständnis habt von diesen Pattern. Viele, die draussen posten ja oft mal ein W- oder ein M-Pattern, sind sich aber deren und dessen nicht wirklich bewusst, wie es eben aussehen kann. Aber ihr wisst Bescheid, zuletzt kommt das Intro. Für die Aufnahme habe ich mir wieder vorgenommen, dass wir das hier in einem Blanko-Bereich machen, das Trading-Use. Wenn man jetzt mit dem W anfängt, dann gibt es hier natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie es eben aussehen könnte. Das ist natürlich hier jetzt typisch Bilderbuchmässig. Ja, so wird natürlich ein W eher selten daherkommen. Aber was wichtig ist bei einem W, ist mal auf jeden Fall den Double Button. Dieser Double Button, der zeigt mir eine sehr, sehr bullische Tendenz und gibt mir eigentlich die Möglichkeit, so nehme ich das ein bisschen rüber, dass wir hier auch etwas planen können. Natürlich muss man jetzt aber auch hier fairerweise sagen, dass es für Anfänger nicht zu empfehlen ist, ein Double Button so zu traden. Also man hat hier einen ersten Support im Sinne eines Hammers zum Beispiel, wo man eine Trendwende sieht. Und wir werden hier das erste V bilden. Ab diesem V, wo wir hier das absolute Hoch wieder erzielt haben und sehen, okay, es geht wieder nach unten, sei es wegen einem Shootingstar oder was auch immer, ja, da müsst ihr natürlich auch ein bisschen die Candles verstehen. Dafür habe ich auch schon ein Academy-Video gemacht, könnt ihr ihn in der Playlist anschauen. Das wird euch hier auf jeden Fall sehr viel weiterbringen. So, okay, also wir haben hier dieses Szenario. Wir wissen also, wir hatten hier eine Trendwende, sie nach oben gekommen sind und jetzt sehen wir, dass wir wieder nach unten gehen. In dieser Phase, in dieser kurzen Zeitphase, gibt es Fortgeschrittene bis zu Profitrader, die natürlich genau sagen, okay, hier trade ich mein Double Button. Und um genau das Double Button zu sehen, könnt ihr entweder mit der Maus plus minus auf eine zeithorizontale Linie gehen, dann seht ihr hier oben in dieser Linie, hier oben seht ihr unter Low, genau da, wo die Kerze zuletzt oder am tiefsten Punkt war. Oder eben, ihr könnt es hier drüben im Trading View, hier auf diese Art Taschenrechner hier klicken, geht auf mit dem Fadenkreuz rüber, dann seht ihr rechts ein bisschen grösser das damalige aktuelle Low. Und mit diesem Low, jetzt in diesem Falle, wäre das die 95,210. Da würde ich mir jetzt in dieser Phase, wenn ich hier runtergehe, würde ich für mich hier das Double Button planen. Zu empfehlen ist es aber noch nicht, weil ein frischer Trader sozusagen, oder jemand, der sich das gerade etwas aneignet, der sollte die Necklinie nutzen. Und die Necklinie, die gibt uns ebenfalls hier ein bisschen Zeichen, ich nehme das ein bisschen rüber, so. Okay, also wenn wir jetzt hier unten waren, wir wissen, wir gehen wieder hoch, ist es noch keine Bestätigung, dass das Pattern nach oben ausbricht. Erst wenn wir diese Necklinie durchbrochen haben, mit einer zweiten grünen Kerze bestätigt haben, dann ist es ein Zeichen, wohin die Reise gehen könnte. Laut Schulbuch würde man die rechte Seite nehmen, um das Ziel-Target einzuzeichnen und zu verwenden. Ich mache das nicht so, ich mache das mit der linken Seite, die ist auch in der Regel oftmals kleiner und ist für mich daher auch eher zu erreichen und hilft mir auch im Thema Profite zu ziehen. Aber ich mache das nicht nur so, ja, okay, also wir wissen jetzt, anhand hier unseres Targets wissen wir, gut, hier oben wäre also unser Zielbereich und den möchten wir sehr, sehr gerne erreichen. Jetzt nehme ich natürlich unsere altbekannte Fibonacci wieder zu an. Und da habt ihr natürlich jetzt die Möglichkeit, ja, wir wissen, wo unser Tief war, oder ist, ja, mit der Trendwende, und wir wissen plus, minus, wo ist das Ziel. Also gehe ich jetzt nach oben Richtung dieses Ziel. Und ihr seht, die Neckline sollte dann auch ziemlich genau immer hier auf dem 0,5er Fibonacci Level sein. Nun, was gibt es jetzt mir für Hilfestellungen? Die Hilfestellungen sind relativ gut. Wir wissen, wir sind hier ausgebrochen, bestätigen, somit wissen wir, das Pattern ist aktiv. Die ersten 20% Profite nehmen, das würde ich natürlich dann aber erst ab dem 0,2,3,6er, also auf diesem Level hier, da würde man dann sagen, okay, hier 20, oder besser gesagt 25% Profite ziehen. So, das würde man hier oben dann erstellen. Das kann man auch ein bisschen drüber nehmen, spielt ja keine Rolle. Und wenn ihr das gemacht habt, und ihr seid jetzt, also, es gibt jetzt eben diese beiden Varianten, Entweder, ihr seid auf dem Risky rein. Das ist aber wirklich, wie gesagt, in der Regel, wenn das W nicht bestätigt wird, sondern abgelehnt wird, dann geht es in der Regel zu einem kleineren Abwärtssinn. Dann geht es hier, hier, noch ein bisschen tiefer runter. Dann geht es dann manchmal eher, sieht man dann so, 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 würde jetzt mal so ein bisschen sowas zeichnen, hier so und dann etwas so. So, also, das ist sehr, sehr wichtig. Also, dieses Szenario müsst ihr dann auch im Griff haben. Das heisst, man kann da zwar reinsteigen, viele machen dann auch einen Trailing-Stop, und wenn man dann da drüber ist, dann nimmt man den Trailing-Stop wieder raus, lasst den ganzen Trail weiterfahren und zieht dann seinen Stop-Loss nach. Den Stop-Loss, dann ebenfalls wieder auf die Fibonacci schauen. Dann würde ich nicht auf die Neckline gehen, wenn ich hier unten eingestiegen bin, sondern ich würde dann hier ein Level zwischen dem 0618er und dem 0786er, hier dazwischen, würde ich dann meinen Stop-Loss suchen. Auch den finde ich dann in der Regel durch eben alte Widerstände, Schrägstrich, Supportzonen. Also, hier wäre ganz klar mein Stop-Loss festgelegt. So, steige ich aber erst hier oben ein. Also, das wäre jetzt Stop-Loss-Risk-Variante. Und wenn ich jetzt aber erst bei der Neckline eingestiegen bin und hier rübergegangen bin, dann würde ich es ein bisschen anders, konservativer machen. Dann würde ich meinen Stop-Loss etwas über die Neckline nehmen. Wenn ich meine 25% Profite genommen habe, dann gehe ich hier rein und mache meinen Stop-Loss auf, das wäre dann die Safety. Safe-Variante. Das wäre dann in dieser Regel, dann habt ihr das relativ gut im Griff. Jetzt wisst ihr, wie ich das trade, wie ich dem eben vorgehe und wie ich das eben auch sehe. Jetzt gibt es aber im Schulbuch natürlich auch Ausnahmen. Und es gibt im Schulbuch zum Beispiel die Möglichkeit, da möchte ich das vielleicht mit einer anderen Variante einzeichnen. Lasst uns das noch ein bisschen nach oben gehen hier. Da nehmen wir mal Parallel-Channel, genau so. Also man hat zum Beispiel auch bei einem Aufwärtstrend-Kanal gibt es auch die Möglichkeit, dass es ein W gibt. Hier möchte ich euch jetzt aber gleich etwas vorab sagen. Umso ungenauer das Double-Button ist, umso grösser die Abweichung des Ziel-Targets. Insbesondere spürt man das im Kryptomarkt. Bei Forex-Markt hat das in der Regel manchmal noch ein bisschen Gewichtung. Das liegt vielleicht auch darin, dass wir sehr, sehr junge, unerfahrene Trader haben, die sich einfach ein bisschen informieren im Internet. Was ist ein Double-Button? Okay, ich logge mich da mal ein. Es ist schwierig, es ist eher spekulativ, das zu sagen. Nun ja, es gibt also auch die Möglichkeit, bei einem Aufwärtstrend oder auch bei einem Abwärtstrend dieses Ganze hier zu prüfen. Nun wäre natürlich hier die Trendlinie dann diagonal und auch hier das Ziel-Target dann wieder auf diese Richtung. Jetzt will ich aber hier noch einmal etwas vorab sagen, und zwar diese Ziel-Targets bei diesen Bereichen hier empfehle ich nicht zu traden. Der Grund dafür, wir bilden dann in der Regel Rising-Vedges, hier jetzt bei einem Aufwärtskanal, oder wir bilden dann Falling-Vedges bei einem Abwärtskanal. Und da empfehle ich eher, schaut euch lieber auf dieses Szenario, als ein W zu suchen in einem Glöckner von Notre-Dame-Modus. Ja, also das würde ich nicht empfehlen. Versucht da wirklich, dass es mal Abweichungen geben kann bei einem W von einigen paar Hundert Dollar. Ja, bei Bitcoin ist das möglich und das ist auch absolut in Ordnung. Weil, ich dürfte eins nicht vergessen, diese ganzen Krypto-Exchanges es ist nicht ein Preis wie bei Forex, wo überall der gleiche ist, sondern wir haben Krypto-Space-Exchanges und die variieren untereinander mit einigen Hundert Dollar. Aus diesem Grund kann natürlich auch hier mal eine leichte Abweichung stattfinden. Das zu W. Bei Double M ähnliches Szenario. Also da ist es halt wirklich so, dass man von einem Double Top spricht. Okay. So, wir warten. So, voilà. Das Double Top ist genau das gleiche wie das Button. In dem Falle hätten wir hier oben die gleichen Berührungspunkte. Ja, so. Double Top. Weil, was ist denn hier passiert? Wir sind hier hochgegangen, die Bullen haben entweder die Trades geschlossen oder sie haben Profite genommen. Gleichzeitig sind natürlich die Bären, insbesondere bei einem Double M, in Stellung. Das darf man nicht vergessen. Also die sehen genau diese Variation hier. Wo habe ich meinen Pinsel? Wo ist er wo? Wie ist er wo? Wo ist er wo? Wie ist er wo? Hier. Genau dieses Szenario hier beobachten sie. Und wenn sie das hier sehen und wir gehen wieder hoch, dann platzieren sie sich genau an dieser Stelle für eben die Shorts, die dann nach unten gehen. Das ist auch wieder eine klare strategische Geschichte. Natürlich, wenn jetzt wieder so etwas kommt, wie was wir gestern gehabt haben mit dem ganzen Abverkauf der Börsen aus Angst eben wieder ein neuer Corona-Fall oder Indien, was auch immer, dann ist oft halt eben die technische Chart-Analyse weniger wert, sozusagen. Nichts wert, aber einfach weniger wert. Aber sobald der Markt wieder schön reguliert und gut läuft, dann sind das eben genau die Zeichen, die man eben nutzen kann. Genau das Gleiche wäre dann wieder mit der Neckline. Auch die brauchen wir dann wieder. Ja, das gleiche Spiel beginnt hier und wir hätten dann ebenfalls zuerst das Ziel-Target, was wir eben umsetzen. Setzen das bei uns auf die Neckline, nehmen wir wieder die Fibonacci, gehen auf unser Ziel-Target hin. Wir sehen dann auch wieder die Akkumulationszone, auch hier sehr wichtig. Das bedeutet, wir holen hier genau das gleiche Beispiel. Ab diesem Zeitpunkt wieder die 25% Profite. Und wenn man eben die Profite genommen hat, dann setzt man entweder den Stop-Loss bei der sicheren Trader-Variante ab der Neckline oder wenn ich eben beim Double-Top rein bin, dann wäre es natürlich machbar, hier die Fibonacci etwas nach hinten nehmen, ganz nach hinten so. Oder eben beim Double-Top, wenn ich hier reingehe, dann ziehe ich es wieder dazwischen hier, hole meine 25% Profite raus und bin hier safe. Auch das Gleiche ist hier mit Auf- und Abwärtstrend. Versuche da immer ein anderes Pattern zu suchen. Das ist meine Empfehlung. Primär kann man es diagonal einzeichnen. Es geht mit gewissen Abweichungen. Das Ziel-Target ist bei 95% dann nicht mehr das, was ihr eben einzeichnet, sondern es verschiebt sich dementsprechend. Das war alles rund um das Thema M und W-Pattern. Ich hoffe, ich konnte es euch ein wenig genauer erklären. Wenn wir wieder ein solches Pattern im aktuellen Chart haben, dann reden wir natürlich aktuell wieder über dieses Thema. Dann kann ich euch Parallelen aufzeigen zu dieser Lehrstunde. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen, einen Kommentar. Hätte ich allgemein sehr, sehr gerne. Wenn du noch nicht bei uns in der Telegram-Gruppe bist, komm vorbei, diskutiere mit uns. Ich würde mich freuen, dich da begrüssen zu dürfen und gleichzeitig lass bei mir ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine solche Videos mehr zu verpassen. Ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.